hallo jasmin hallo na wie geht's dir heute gut was haben wir denn für pläne gehabt heute zu dem händler da ich glaube das ist ein ganove ja dann bauen wir ja wir haben es jetzt halb sieben wir gehen trotzdem hin ja zumindest die quest schon mal abholen bauen können wir später noch ganz schön weit achtest du nicht sicher wir haben gar nichts zu essen wir haben wir nichts zu essen es ist nicht viel das ist weniger als 12 kürbisse vielleicht müssen wir erst mal was kochen bevor wir hier immer starten ja aber haben wir denn was zu kochen immer noch 18 eier und zwölf kürbisse und die eier sind noch gar nicht gekocht es geht ja schon wieder gut los ja ich nehme dann schon mal einen kaffee den stecke ich mir schon mal ein wer da in der kiste geh raus da so hatte ich nicht sag mal bin ich jetzt vollkommen der wort oder was oder hier schon weggeräumt eine die habe ich schon weggeräumt wofür habe ich das geschmiedete eisen noch mal gemacht für das tor was hatte ich denn mit dem eisen vor also ich weiß ich hatte im plan ach das mit dem kürbis können wir noch gar nicht kochen ok dann kommt der kürbis halt wieder weg kommt der kürbisch halt wieder weg brauchen wir nicht jetzt kommen wir mal runter ist ja noch wasser da dann kann ich ja noch ein paar mehr eier machen hast du denn ich hab also auf also auf keinen fall den zaun geschlafen auf jeden fall habe ich nicht ich habe ich habe auch keinen fall habe ich nicht ne muss man mehr bier trinken weißt du geht es mir besser wir haben so viel bier ach so also geht es mir besser jetzt denn geht es mir besser weiskolben was kann man denn damit machen ich hätte jetzt einen richtig blöden spruch ziehen können habe ich aber nicht reicht nicht verdammt reicht nicht verdammt ach der ist schon gekocht ok kann ich denn beton machen nein ich brauche den mischer ich habe heute auf arbeit ne habe ich einen limonadenwitz erzählt an zu mike also ich habe ja ich habe meiken limonadenwitz erzählt anter lustig anter schon gerafft ach das war doch himmlisch es ist schon 19 uhr ja dann lass mal langsam abdüsen was brauchst du denn so lange ich koche essen für uns ach so viel pfiffen ja dann kriegst du nachher nichts vom ei doch ich möchte auch eier nö ich werde dir sagen geh jetzt weg ich stehe auf dem runter von mir das tut mir weh aua meine schultern mein nacken mein kopf bin ich gebrochen gerade mit den zombies die ja schnell werden dann ja du hast ja dein fahrrad ja ich komme doch zu fuß mit ah ich werde sterben dann gucken wir uns einmal den händler an was der für aufgaben hat wir gehen jetzt erst zum händler ach wir sind so doof wir hätten ja eigentlich auch was mitnehmen können und gucken was man noch verkaufen kann bin gleich da wir haben doch noch so viel geld hier ja nimm das geld mal mit und die münzen meinst du man muss mit geld bezahlen oder mit münzen ja ich glaube carmen hatte da was gesagt carmen ja was weiß die denn von dem spiel wie viel spielt die denn seitdem ich das spiel empfohlen hab jede freie sekunde du bist ja schon vorgegangen ne ich warte ach so ja gut dann fahr ich nicht mit dem fahrrad hinterher mach mal i ok i Gruppe i ich hatte gerade ein lag ein frisch ein frisch so ja das können wir immer noch machen wir nutzen erstmal die gunst der stunde ja erstmal zum händler hin jetzt ja bin ich hier überhaupt richtig ja wir müssen hier rechts um den See äh kannst auch hier abkürzen naja gut wo bist du denn ja nimm mich doch mal mit komm an meine Hand komm ich soll immer auf dich warten und du läufst immer weg du hast ja so recht komm an meine Hand komm nein ich bin nicht an deiner Hand komm an meine Hand komm du musst keine Angst haben was Optimismus für Singles das Bett ist immer halb voll aha au äh ach der ist bei dir ja ich wollte gerade sagen ich habe doch hier irgendwas gehört warum läufst du denn so kommen doch noch mehr äh nö ich wollte nur aufholen also auf schließen anschließen nee aufschließen sagt man nicht aufschließen klar aufschließen ich will mich anschließen nee wenn du aufholst ja aufholen ich möchte gerne aufholen weißt du was ich cool finde äh so doppel ähm wird da mit doppelbedeutung hier ist doch das Flugzeug auch gegengeflogen da oben und warum sind da die Bäume so hell achso das sind Birken wahrscheinlich ja aber da ging dieses Ding ist doch das Flugzeug geflogen glaube ich ach nee noch weiter hinten du hast ganz wo anders hingeguckt ja Mensch halt ein Zabbel ach Entschuldigung ich möchte ja freundlicher sein ja zeigen Sie bitte wo ich her will ich bitte drum meine Gefühle sind zerstört Jasmina seien Sie bitte ein bisschen leiser ich bin noch selber drauf gekommen ne Wörter mit Doppelbedeutung finde ich total geil so wie umfahren das einmal drum rumfahren und einmal platt fahren und brechen zum Beispiel das ist mir vorhin auf Arbeit aufgefallen ist ja einmal so wie Knochen brechen oder ein Ast zerbrechen hier komm was denn hier lang komm wo denn hier äh ja ich wollte zu dem oder nicht ne also hast du einmal brechen von zerbrechen ja 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 und dann hast du noch einmal brechen wenn du deine ähm Magenverstimmung in vollen Zügen auslebst ich fand das lustig das ist bestimmt der einzige der jetzt gerade gelacht hat ich erzähl dir morgen Mike Mike lacht auch über so einen Blödsinn Fanta auch lustig Fanta lustig ja er nimmt sich hier alles mit den letzten beißen die Hunde ne was ich nicht mitnehme ist hier äh Rasen kannst du einstecken wenn du willst möchte ich nicht ihn nehme ich auch nicht mit Jasmin hör doch mal auf mit den Zombies zu spielen hör doch auf mit ihm zu spielen toll jetzt habe ich es kaputt gemacht nee Alter das Blut jetzt habe ich es kaputt gemacht wenn ich mal wieder irgendein Spielzeug in die Hände nehme weil den Kopf verschmettert gleichzeit kommt da noch einer nee nee da da die da meinst du die Quests sind wirklich so gut da brennt noch Licht weil wir hatten ja schon öfter mal überlegt ob wir zum Händler gehen aber keine Ahnung kannst du aber auch Sachen kaufen oder eintauschen ja nee ich meine ob die Belohnung vom Händler ob das gut XP wenn wir ja sehen ja wahrscheinlich denke schon oder guten Loot stimmt da ist noch einer hat er dann hat ihn was gestochen oder bestimmt hier äh Wespen der war am Honigtopf Jasmin der war am Honigtopf ich will auch mitspielen du hast es kaputt gemacht arm ab besser arm ab als nee besser arm dran als arm ab ne hä wo ist denn der Händler da brennt Feuer äh ne weiter noch viel weiter ja da brennt trotzdem Feuer ja ja es brennt es brennt die Tonne schalalalalala das ist eine ökologische Heizung es ist leer auf Biobasis mit Feuerholz jetzt noch geradeaus ne oder ja Fragezeichen ja was denn du ja da ist doch dieser komische Zeltplatz wo wir Mais gefunden haben und da mussten wir noch geradeaus und dann links glaube ich voll voll weit ey ja ne ich glaube nicht dass ich das überlebe hier die Nacht meinste wir haben es doch erst halb neun wollen wir hier nochmal gucken ob hier Mais wieder ist wir sind noch nicht mal angekommen ne können wir jetzt erstmal zum Händler gucken ja machen wir du hast recht Vogel ja aua der war letztes Mal auch da ne äh ja bestimmt ja wo wir Mais holt haben war der doch letztes Mal auch da aber hier ist kein Mais ähm Jasmin ja ähm wo bist du hier am Rucksack äh er ist hingefallen brauchst du Hilfe nee hier ist auch ein Rucksack so ein blauer da warst du noch nicht dran hä wo denn ein Helm und ne Dose ach Mensch was mach ich denn hier da geht doch viel besser frage ich mich auch manchmal ja hier die Nestle sind auch noch alle leer äh voll hä warte hier ist der Händler wo komm zurück hä willst du mich veräppeln hier nee du warum sagst du hier hier ja ich wollte mal nur waren wir da hinten überhaupt schon ja ja weil da ist alles ähm voll aufgefüllt aufgefüllt kleiner Ast ja ein großer Stein was war das kannst du hier nichts abbauen wegen dem Händler der hat hier so ein Schutzblock denke ich mal da ist auch schon ein Zombie so ein Zombie boah schon weg äh links der humpelt doch noch ja ich weiß kannst nicht mal die Steine einstecken ne so äh Traitor Joel Joel hieß der der alte Bob ich weiß gar nicht wie das geht warte ich beklau ihn kurz Bauplan Chemiestation hat sich gelohnt hier her zu kommen darf ich was muss ich denn drücken darf ich dein Inventar sehen hast du irgendwelche Aufgaben vergiss es wo muss ich denn da rauf gehen ah du hast das Geld ne ob du irgendwelche Aufgaben ja beschäftige ihn mal noch ich beklau hier seinen Laden zeigt dass du das äh ich glaube du hast ein Mitglied der Läufer also wir haben beseitige Zombies in Docks was heißt Docks Hafen also nimm die einfach an ey ja ja also Zombies im Hafen beseitigen ja ja eine hab ich schon ja eine reicht ja eine kannst du auch nur nehmen meine ich damit so ich möchte mal sein Inventar sehen altes Geld kann ich verkaufen gegen 717 warte mal ich will das erstmal noch nicht verkaufen ich will erstmal gucken was er hat er hat noch schießpuss panzerbrechende Munition mit welcher 7200 so viel hab ich nicht was ich von ihm mal mitnehmen werde wo hab ich denn das eben gesehen ich war doch eben welches Dove ruhig Mais Samen die kaufen wir mal äh können wir noch weitere Samen kaufen hoff doch mal was sinnvolles ist doch können wir anbauen ach ich kann da grad nicht rein weil du da drinnen bist oder was rotengräber mod klimaanlage das sinnvoll oder bildbrät eintopf ist aber mega teuer was ist denn das für ein Drink gewesen woher weiß ich denn wie viel Geld ich hab ach so hier ne das kaufe ich nicht Bergbauhelm Stufe 2 ich hör die Zombies schon äh die können hier glaube ich nicht rein ne aber ich hör die schon drauf ja richtig da ist schon der erste Frack Rakete ja ich weiß nicht was wir von dem kaufen sollen das ist ein ganz schöner Verbrecher der hat Bunkerpreise was ist das er schmeißt uns gleich raus weil der Laden zumacht ja und du bist ne Ratte von wegen ich bin kein Teammate hä was ich bin ich bin doch noch hier ja du haust einfach ab Junge wo bist du denn da ja hier toll oh oh Gott lauf nicht so an mir vorbei so wo müssen wir denn hin ich muss jetzt mir nach ich hab ein gelben Pfeil warte mal ja ich muss mal was trinken kannst du auch beim Laufen machen ja aber ich hatte ja nichts zu trinken warte mal ich muss auch was essen oh warte mal warte mal warte mal so ich muss hier irgendwie alles abschlachten sag mal Eier ähm gekochte Eier bringen genauso viel wie Fleisch kann das sein ohne Ahnung ist Fleisch auch bei 8 oder war das rohes Fleisch ich bin voll schnell mit diesem Zeug ich hab dich verloren hier hinter dem Hügel hey du hast doch meinen grünen Pfeil da ich muss hier hin ne ich hab keinen grünen Pfeil Jasmin er ist nicht grün blau komm ich hab noch was für dich denn ja komm erstmal ich muss die Quest erledigen ich will die jetzt erledigen bevor es dunkel wird ja wo bist du denn hier wo der blaue Pfeil wär's nicht sinnvoll wir würden nicht so viel sprinten wegen Ausdauer nein ich mein Ausdauer ist fast voll ok hier muss ich hin ah hier sollen wir die Docks von Zombies befreien er gibt dich zum Sammelpunkt in 50 Metern das ist ja hier dann ne ja da ist das ah da ist auch das Ausrufezeichen für Blöde falls man nicht weiß wo man hin muss das ist meine Quest das ist immer noch meine Quest das ist unsere Quest nein Jasmin deine Quest sind meine Quest das geht ja nicht aber ich kann dir doch helfen wir sind doch in der Gruppe Jasmin oh jetzt geht's los Breeze na gut ist das deine Quest dann mach mal die ganzen Zombies ja tot hauen muss ich den glaube ich wieso wie viele musst du denn töten ich weiß nicht ich soll jetzt reinigen hier ach so ich weiß noch nicht ne ob das jetzt ich weiß gar nicht wie das gezählt wird dann hier ja einfach die Zombies weg machen oder hier noch einer ich sammle mal in der Zeit Stein ah wo denn ah da ach du kacke Schatz du musst herkommen es sind zwei du solltest vielleicht aus der Ecke rausgehen ja ich hab mich erschrocken ey hier deine Big Packs aber wieso läuft man denn in die Ecke Jasmin weil ich weil ich einfach meine Maus gezuckt hab ok du hast also gezuckt ja ich muss mal was essen irgendwie zeigt er mir so einen gelben Punkt an jetzt muss ich auch noch nach drin ne ja hier ist offen ne wo ich hab doch Benzin hier ist noch schon eine Tür hier ist schon nur eine Tür Ladies first komm von oben runter ich hab richtig komischen Sound gehabt eben ja hier steht doch bei mir drinnen bleiben rede mit dem Händler zurück zum Händler warum ich muss hier weg ich muss wieder zurück ich hab keinen komischen Sound gehabt wer ist das ja ich muss wieder zurück ich glaub die Quest ist erledigt ja wollen wir hier noch kurz reingucken wegen Loot ne hier ist doch nix mehr du hast doch alles platt gemacht nein hier ist noch irgendwo ja das draußen ist der vorm Zaun nein ich bin drinnen oh was ist das denn äh ich bin draußen bekräftigender Griffmod so ich hab jetzt nur mal ein Bier und trübes Wasser ich hau ab gleich hier ich hab hier ne Waffentasche oh Schlagstockstufe 4 ich geh schon mal zurück ja kommst du mit ja wenn du auf mich warten würdest ja kommst ich krieg Panik bei so ner Kacke ich säubere das Gebiet zurück zum Händler warum soll ich jetzt eigentlich zurück zum Händler äh weil du die Quest fertig hast aber er hat ja zu bis morgen früh um 6 eigentlich ja deswegen rede mit dem wo denn ich seh hier nischt der Knüppel ist ja Kacke der Schlagstock schnell nach Hause wo müssen wir lang wo bist du ich bin hier hier ist noch ein Rucksack ja ja jetzt nach Hause ja rede mit dem Händler aber der Händler hat ja zu ja morgen muss ich das machen dann müssen wir gucken dass das hell ist wo bist du? da hier ich baue jetzt hier gar nichts ab ey ich will jetzt einfach nur nach Hause ich baue jetzt hier gar nichts ab hast du Licht dabei? ne Taschenlampe? ja leuchte uns doch mal ja dann musst du mich beschützen erleuchte uns oh ich bin so weise Jasmin da du hast die Erleuchtung gefunden jetzt bist du zwar blond aber du hebst dich von der Masse ab ja ja da kommt einer wo? ja geradeaus ja ich seh ihn wollen wir da hingehen? ja ne ja mach mal mach den mal platt hier ist ein Vogelnest ja kommst du dir Kacke ich hab die falsche Dingsgel der hat rote Augen ich will hier weg ich kann das nicht ich schaff das emotional nicht Jasmin Jasmin komm mal her komm mal her guck mal ich kann nicht nein ich will nach Hause guck ihn dir an nee ich will hier gar nichts kommen guck doch mal die Augen an muss ich hier lang das ist das ist orange ist mir egal ich will jetzt einfach nur in mein Zuhause sag einmal orange orange okay ich glaube du hast ich glaube du hast es gelernt ich hab die falsche Waffe gehabt ich bin stolz auf dich ich bin überladen was ist das denn passiert? hinter mir? nee ich bin hier im Haus looten du Affe du bist wohl hinter mir naja Jasmin du wirst verfolgt du wirst verfolgt du wirst verfolgt war der Ganove vor mir am Vogelnest lauf doch nicht so lauf du doch nicht so ich hab echt Schiss ich hab keine Ausdauer schön dass du mich hier zurücklässt im Dunkeln wo ich ja so viel sehe ich wollte zum Nest du bist doch da oh Gott Jasmin wo bist du? hä? ah da okay siehst du wohl kann man auch hier hoch gehen? nee ich bin nass Jasmin ich bin nass ja und ich hab schon wieder Hunger hier hm jetzt bin ich auch noch lustig äh hast du was zu essen mit? ich hab was ja ich hab alles ein leeres Vogelnest das hat Jasmin schon gegessen ganz vielen Fögel fand da lustig oh nein was denn? kommt jetzt gleich ein Wolf keine Ahnung du bist ja hinterm Berg hä wo bist du denn? ich hab die abgerutscht wo bist du? wie? wo denn? na über die Wiese wo wir immer lang gehen weißt du wie und ich latsche die ganze Zeit lang allein er sagt auch nix und ich bin kein Teammate ist klar ja ich hab wegen dir jetzt den Hund hier und seh nix ja wegen mir ja weil du der Meinung bist du musst da hinten lang gehen und nicht sagen hier pass auf Schatz wir gehen hier lang äh wo bist du denn? ich bin gerade dabei mir das Leben zu retten ok alles cool hast du das Messer mit? ja ne ich wollte zu dir kommen ich wollte dich unterstützen als dein wahrlicher Retter und dann kam diese Bestie aus mir für Jasmin und der Hund war auch dabei ja warte auf mir wir kommen ja komm hast du das gehört? ja ich hau ab ja sie kommt mit nein die bleibt aber nicht zum Spielen ich hab das noch nicht raus mit diesem Werkzeug wechseln wenn ich da raus ja ich weiß ich bin wenn ich nervös bin drü- krieg's nicht hin halt er vier noch mit am was? muss mich mal kratzen wo bist du denn schon wieder ja ich bin ganz weit weg weil ich hatte keine Ausdauer mehr man hat mich so zurückgelassen oh Gott ich möchte nicht sagen dass ich anderen Leuten egal bin aber während hier draußen der Tod lauert hat man mich hier an einem Baum zurückgelassen und man holt mich nicht ab obwohl ich nichts sehe absolut gar nichts du holt fällst ja noch Bäume da jetzt ne ich war das nicht mhm genau oh ich hab schon wieder Hunger Jasmin so ich bin in Sicherheit das war ja spannend aufregende Geschichte hier ne aufregende Geschichte wegen vier Zombies und einem kleinen Nachtspazierer ja im Regen bei Gewitter ja gut ne ich bin Stufe 1 säubern aber ich bin auch nass Stufe 1 säubern ja zurück zum Händler ob wir mehrere Gebiete säubern müssen müssen wir was kriegen ich weiß aber nicht also wenn grüner Harkness ist ist erledigt ne gehe ich von aus gib dich zum Sammelpunkt waren wir säubere Gebiete habe ich aktiviere den Sammelpunkt haben wir drinnen bleiben zurück zum Händler rede mit dem Händler da sind zwei rote Kreuze okay so ich brauche ich brauche einmal funktionieren die Fackeln bei Regen was denkst du ich denke nicht ich glaube die gehen aus dann müssen wir morgen nochmal zum Händler gehen ja ja das können wir tun warte mal da würde ich habe ich denn jetzt hier noch alles überhaupt sechs eine Minute 20 ich habe jetzt gar keine Bäume weiter gepflanzt ne hafst du nicht ne da habe ich ich habe da nichts dran gedacht mechanisches Teil habe ich brauchen wir das haben wir das schon irgendwo ja 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 oben drüber in der Kiste ja ich bin jetzt hier erstmal kurz am andere Sachen weg sortieren äh ach so ich habe noch was geiles für dich gleich äh gekocht das war sehr so und Mais Samen so Bauer Ingo oh Mais wächst doch nicht ohne Licht oder kann ich noch Fackeln bauen eine Fackel äh so ein Ding haben wir doch noch gar nicht äh Tierfett Stoffsetzen Holz einfach da oben jetzt mein Holz wieder jetzt habe ich es jetzt habe ich es so jetzt brauche ich nur Stopp Fettsinn so jetzt habe ich alles wegsortig und Tierfett und jetzt mache ich mir ein Fackel 45 Sekunden ich nehme die hier vorne Ecke mit oh da 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 au ist ja frisch so Aloe Vera weg damit toll gemacht Fackel so und jetzt kommt da Mais zwei drei was machst du jetzt Mais ich mache Mais 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 aus einer Mais eine Mäse gut eine brauche ich ja noch zum Dingsen und für die Beete und Felderblöcke Dingsen vor allem brauchen wir Nitrat Lehm kann jetzt hier mal wieder irgendwie ein Tier kommen wie viel hat denn hier der Wolf gebracht 30 oh das war viel ja 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 hört hört so und was brauche ich noch äh Jasmin's Ebenboot so jetzt kommt hier keiner mehr oh wa oh my goodness hab ich eigentlich so einen Punkt wieder das ich jetzt doof bin ich jetzt doof bin ich jetzt doof bin ich doof darf ich darauf antworten nein ich kann mir die Frage auch selber antworten ich muss den Stuhl mal wieder nachziehen ja da sehe ich aber nicht viel ei bisschen weit weg ne verdammt guck guck hier hinten ah ok cool das geht ja trotzdem guck mal hallo mausezeichen ja ich hab nichts zu futtern Jasmin achso ich hab noch was für dich ja ich war nicht mehr guck mal guck mal guck mal ja gut hier nicht hier nicht irgendwo bei festem Boden ah ne da kommt ja ne Wand noch hier so bitte schön was das wieder für ein Quatsch ist was ist das Bauplan ja wie muss ich das man auch benutzen ne äh genau mit A kannst du ihn leeren und jetzt jetzt kannst du eine Chemiestation bauen was brauchen wir denn dafür geil eine Chemiestation ja guck ich auch gerade wir brauchen einen Messbecher 100 geschmiedetes Eisen drei Kochtöpfe kannst du mal anfangen kannst du mal anfangen mit dem Eisen Messbecher haben wir doch gar nicht alter ich glaube wir können gar keine 100 machen äh geschmiedetes Eisen ja aber wir haben ja nicht mal einen Messbecher ab wieso kann ich hier kein geschmiedetes Eisen fertigen achso mir fehlt Eisen oh Gott ha wieso kann ich kein geschmiedetes Eisen machen mir fehlt Eisen ich hab kein Eisen Eisenmangel da muss ich erst Eisen einschmelzen wieder oh ja so ja gut gut ich will auch ungern aber wir können die ja auch wieder abbauen ne guck mal da hinten ein Vulkan oder so schnell komm mal hier her da hinten an der Hügel ja ich seh das aber meinst du das ist ein Vulkan keine Ahnung das ist das was ich letztes Mal meinte mit dem Flugzeug da hinten müssen wir mal hin vielleicht war das eben ein Flugzeug ja keine Ahnung das war letztes Mal wo das oder die äh vielleicht ist da ja die Lootkiste keine Ahnung das hat vorgestern auch schon gequalmt da weiß nicht was das so bedeuten hat ja who knows who knows oder auf Deutsch wer Nase wer Nase wer Nase wie sag ich letztens mich doch nicht verguckt doch nein in mich ach bist du müde ja warum ich weiß nicht so ein halber Meter so warte mal dann muss ich ja den noch drücken aber hier kommt gar nichts nicht mal irgendein Tier ne das man mal killen könnte hier ne das ist ja blöd das ist ja blöd blöde ups warst du das? ja sorry was hast du gemacht? aus dass ich noch das Holz gehauen aber ich hab's wieder heile gemacht wie kann man wie kann man bitte wenn man so macht aus Versehen du zeigst dir so so und so und so und so das war ich nicht hör auf zu spinnen oh ich bin fast in den Stacheldraht gefallen du wolltest mich umbringen voll irgendwie geil das aussah also wie so ne Kerze schnupp weg ist das du wolltest mich umbringen und ich komm hier nicht raus das ist voll die Sackgasse hier ich war das nicht das warst du selber jeil echt jeil war das das ist ja das war richtig jeil wo ist denn das Fleisch überhaupt hin was du angeblich hast war das verrottet? hä? im rechten Feuer jetzt komm ich hier nicht hoch Jasmin weil du mich runtergeschubst hast ey du hast doch viel mehr Fleisch gehabt hast du gesagt 30 ja und 8 Fleisch sind hier nur ja ist doch richtig 30 Fleisch äh 5 pro Dings achso hm ja stimmt ich vergesse immer dass das wer ist was wir verbrauchen ja ja verstehe ich da das ist doch völlig logisch dass wenn du ein Steak anbrätst das ist doch logisch oder dass du wenn du 5 Steaks anbrätst ja dass noch 1 davon überbleibt und 4 verdampfen komm ich da überhaupt noch zum Aufwerten ran? sage mal Jasmin sage mal mal so ich mach jetzt hier nochmal ein paar was wollte ich denn den Hammer den dahin mach hier jetzt mal ein paar Eier koch ich ein paar Eiers Eiers koch ich Eiers ja damit wir ein bisschen was haben Jasmin wir haben 41 Minuten oh schon äh ja wann ist das denn passiert? äh kaum zu glauben ey aber was war denn da los? ja wann wann ist das passiert? vor 41 Minuten ok ok ich will zumindest die einen hier noch aufwerten aber was du immer machen willst noch die Leute gucken das bestimmt nicht so lange dann ja ich gehe auch davon aus dass alle abschalten sobald sie wissen so ok der wertet nur noch auf ja du Held im Erdbeerfeld du Held im Erdbeerfeld du machst Kniebeugen im Gurkenfeld ja ich auch was? was? wie bitte Jasmin bitte also Patrick das geht ja nicht weiter was erzählst du denn da schon wieder für ein Schmarrn was kann ich denn jetzt hier noch machen? einen guten Eindruck aber ne kannst du nicht ja und was kann ich jetzt machen? na du kannst ja gleich hier aufwerten ich will jetzt hier noch ein bisschen äh 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 was ist das der Geräusch? ey nicht das nein mit was soll ich das denn aufwerten? mit Steine oder was? ne mit Holz aber das hier habe ich schon aufgewertet aber ich mache ja gleich noch welche jetzt müssen wir die Fagel da wegnehmen blend ich sehe nix Jasmin ah dein oh dein Licht das blendet du willst doch nur dass ich hier schon wieder runterfalle ich gehe ich mache das nicht mehr mit wenig hi komm nicht mehr hoch na Judi ja 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 das war eine weitere Runde 7 days to die ja wir haben es endlich mal geschafft eine Quest vom Händler zu machen hat er ja noch Hühnchenrat ziemlich Pipi oder? also die Quest war schon ich habe auch gedacht der schickt uns ein bisschen weiter weg oder so ja das sind wahrscheinlich die Anfangsquests die wir nicht gemacht haben die du nicht gemacht hast du kannst die doch auch machen ne ist schon okay ist das so aber dann kriegst ja nur du XP ne ja du bist auch ein schlauer Hengst manchmal doch oh du hast mich schlau und Hengst genannt ja und beides war nicht wirklich ernst gemeint hörst du das Jasmin? nee hast du das gehört eben? ja dein Herz ist zerbrochen ich weiß in tausend Teile da ist etwas in mir zerbrochen dein Kopf so das war eine weitere Runde 7 days to die ich hoffe ihr seid morgen wieder mit dabei und müssen wir von der Zeit her sogar wieder zum Händler mal gucken was wir kriegen von dem ich weiß das tatsächlich gar nicht steht doch da bei den Belohnungen AK 47 du musst auf dieses Ausrufezeichen gehen Belohnung 3000 EP 800 Jetton aus das kannst nur du sehen Jasmin das kannst nur du sehen Belohnung ja dann krieg ich das auch noch ha 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 schön schön geil schön ist das schön oder ist das schön? schön ich würde sagen hier trennen sich jetzt unsere Wege raus raus aus meinem Haus so bis morgen macht's gut tschüttlü tschüttlü roh